Ok erstmal Lester anrufen Du kannst deine eigenen Tränen Ich versuche den Tag der Tränen Vielleicht schaue ich mal Du willst sicher nicht, dass ich Warte, warte, warte Du willst sicher nicht, dass ich dich nochmal besuche Nächstes Mal wird es echt übel Oh, wird es übel Da habe ich aber Angst Was labern die? Habt ihr das nicht gerade gehört? Warte mal Das haben wir Das habe ich doch gerade Da habe ich doch auch was gehört Hier ist keiner Da ist, können wir, da können wir nicht rein Wo ist es hier? Was ist hier? Was spielt ihr denn da, alter? Was für Scheiße Naja Lassen wir den mal Machen, was er da gerade macht Wir müssen ja erstmal nach Lester Jetzt, ab noch Listo Modifiziere Deine Karre mit neuen Stoßstangen Fällengreifen Achso, das ist diese Werkstatt Sollen wir bei Franklin vorbeischauen Machen wir doch mal, oder? Franklin, was geht bei dir? Franklin Ich komme dich besuchen Oh, er fährt hier gerade rum, oder was? Okay Warte, gehen wir mal Zum F hin Da können wir ja anscheinend was machen So Ich würde gerne eine Mission erledigen Wo gehen die denn hin, alter? Aber, girl Ich habe alles, was ich tun kann Aber, du weißt, wie ein Junge ist? Warte mal Oh, girl Hey, wie viel weiter Wir haben noch 5 Yards noch Okay Ich weiß, ich frage Das ist spiritwalking Oh, Gott Oh, Gott Na dann Guck mal, wer da vorbeischaut Jamal und sein Hund Oh, ist der süß! Oh, ist der süß! Oh, geil Der Hund ist ja voll süß! Der ist ja richtig putzig! Heißt ja, Chop? Hi, Chop, was geht? Wie der läuft? Naja Naja Machen wir doch Ach, jetzt auf einmal können wir fahren, oder was? Rein da, Chop Chop Chop, wie süß! Oh, wie der da sitzt So, müssen wir denn hin? Lama Was geht denn überhaupt hier ab? Ja, Chop, alles klar da hinten Hey, ich mag dein Hund Me und Chop Wir haben viel in common Your annoying ass Man, ich stehe Man, ich stehe beide Ihr asses, homie Look, wie ich sie Man, f*** das, man Hast du gesehen, Tanisha? Sie straight Es ist mir und du das nicht straight, homie Dog, ich weiß, homie Aber look Ich habe diesen Kontakt Ich weiß, ob sie processed Wir wissen, dass er eine gute Hüte Vorbeher Wir brauchen keinen Hüte Wir wissen, diese Entfernt Man, diese Werte вас Schonum Bestellt Wie Ich weiß, ario Und ich weiß so viel, aber die OGs nicht mehr über uns. Mann, f*** die OGs. Du weißt, was ich sagen? Das ist kein Pyramid-Gang. Warte, warte, hör auf dein Junge. Hör auf dein Junge, hör auf dein Junge. Du willst ein bisschen Papier, mein n***a? Das ist das, was es geht. Ich spreche von 40.000. Kein Problem, cash in Hand, too late in time, no killing, nothing. Nein, nur starten ein anderes Befehl mit den f***ing Ballers, n***a. Das ist Klass A-Fellin und Bullshit. N-B-Gang. So, da sind wir ja schon. Leute, was machen wir den jetzt? O.G., so what? So the fuck what, nigga? It's a million O.G.'s. Well, shit, how about I put one of these little X pills up your ass crack? Next thing you know, you're gonna be begging for it, mobo. That's disgusting. What's happening now, D-Man? Ain't no fun if the gangsters can't have none. Man, fuck you, Mark. I ain't sharing no ass to C.G.S. Ain't nobody sharing nothing. Man, shit the hell up, bitch. Fuck you, nigga. Man, fuck y'all. Hey, ain't there a law against you, Mark-ass gangsters' insignia mads-wearing motherfuckers? Oh, so what's up now, nigga? You snitching or something? Oh, shit, ass nigga. Fuck you, nigga, my ass. Was'n' Hurensohn, Alter? Oh, man, den holen wir uns. Los. Ab in die Karre. Chop. Chop wählt schon. So, Chop. Pass auf. Alter. Hallo. Stecken wir da erstmal fest. So, bergrunter, Junge, ab geht's. Chop. Pass auf. Alter, wie der Gast gibt. Wow, das war unfair, Alter. Das war ja mal richtig unfair. Aber geil, guck mal, jetzt können wir Zeitlupe machen. Alles klar, so kommen wir auf jeden Fall besser um die Kurven, falls ihr mal irgendwie sich in letzter Zeit noch umentscheidet. Oh, das meine ich, weißt du? Fuck. Du Pisser, Alter. Das war ja ekelhaft. Das war ja richtig ekelhaft. Lol. Der wurde überfahren. Chop. Chop. Auf geht's. Der wurde gar nicht überfahren. Chop. Nicht so schnell, Alter. Job, warte, 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 shop, 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 alter. Shop nicht so schnell, nach... Was war das denn für ein Fail? Ist er, ist er da runtergesprungen? Job, den hole ich mir. Ah, erstmal die Tür durchbrechen, Alter. Den kriegen wir, Job. Los geht, shop. Schneller. Kommt schon, Job. Was ein Wichser, Alter. Wechsel zum Shop, um alles aus seiner Perspektive... Lol. Wir können Chop spielen, WTF. Wie geil ist das denn, halt? Spiel wir erst mal den Hund. So, der war doch hier drin, oder? Hier ist er doch drin, der Lappen. Wo bist du, du Fotze? Ist er hier drin? Ich glaube, wie der da reingekommen ist. Das hätten wir doch gesehen, oder? Wo ist der Job? Kommt schon, Job. Ich glaube, an dich. Ist das dein Ernst, Job? Ist es dein Ernst, Job? Was macht? WTF? Ich glaube, du bist so ein Hurt. Komm her. Komm zurück, Alter. Junge, lass den Hund in Ruhe. Alter. So, Job. Jetzt mach mal hier... Und Schnüffel. Es gibt Wischeres zu tun, als... Andere, männliche Hunde zu poppen. Ohne dir. Geht doch. Geht doch, du kleiner Wichser. Job ruhig. Hey, Mann. Geh mal hier. Oh, shit. What the fuck, Mann? I ain't got no beat for the CGF. Cause maybe we're doing our own thing. What the fuck, Mann? Shit. Hey, Lemore Davis, is that you, nigga? Nigga, shut the fuck up. Just get here. Yeah, that's you, nigga. Fuckin' idiot. I ain't got no beat, man. Hey, man. What the fuck? Get this fucking dog in, like, me. Wie er sich ein Scheiß vor dem Hund. So, wo soll man denn jetzt hin? Alles klar. Ja, das will ich aber meinen, Alter. Pop der erst mal den Hund. Und der war noch nicht, da war noch nicht mal ein Weibchen. Bach. Bach. Naja. Shop. Der gute Alte. Ich würde sagen, wir wechseln uns immer so ein bisschen ab mit der Mission. Und wo so Michael und dann wieder Franklin, dann wieder Michael, weißt du? Bisschen, doch. So. Was für Lappen, Alter. Setze Lamar am Freizeitzentrum aus. Machen wir doch gerne. There. Man, what the fuck is wrong with you, nigga? I was getting as paid. What the fuck is wrong with you, nigga? That was a good phone. Alright, motherfucker. You, the motherfucker. You better watch out for the ball, they won't be on now. The cop gonna be on your ass too. Yeah, I ain't worried about it. I'm a motherfucker gangster. You know how I do. I can take care of my sisi. What the fuck, you kidding me? Joa, ich denke mal, das war es erstmal wieder für Franklin. Schalten wir mal rüber, oder? Aber erstmal bestanden hier. Chop, der Hund ist voll süß. Aber, ja. Er hatte halt auch seine Bedürfnisse, ne? Oh Gott. So, schalten wir mal wieder rüber zu Michael. Michael, was geht bei dir? Wo ist der überhaupt? Da ist der. Der gute Alte. So. Dann fahren wir mal nach Leicester. Wo stand hier nicht gerade ein Auto? Hey, that shit was fucked up last night, right? Hier ist ein Link. Was labert der? Ach, das war. Hä, der hat uns doch gerade was geschickt, oder nicht? Naja. Wir besuchen uns, wir besorgen uns erstmal ein Auto. Wo kriegt man denn hier die Autos? Ich hätte da gerne ein Auto. Hallo, Hallöchen. Ich will ein Auto haben. Chopping-Miley, oder was? Da gibt's doch Autos. Jawohl. So. Nehmen wir uns den süßen hier. Gott. So, ab nach Leicester. Äh, Leicester, wo ist L, 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 da ist L. L! Los geht's. Wer ist denn das jetzt schon wieder hier? Oh, das tut mir leid. Oh, das tut mir leid. Wer war denn das? Crewmitglied? Okay. Ricky Lukens? Ach, war das... Das ist ja super. Das ist ja super, weißt du. Wir fahren in die Bullen rein, weil die da wieder nicht fahren können. Mann, Mann, Mann. Spacken. Naja, wir fahren jetzt erstmal nach Leicester. Alter, die wollen's aber wissen, ne? Nix da. Verpisst euch doch mal. Oh, Alter. Wieso geht's denn hier los da rein? Abhauen, bitte. Was für Wichser, Mann. Weißt du, nur weil die nicht fahren können, die Lappen. Oh. Das war jetzt nicht so geil. Egal. Wieso haben wir zwei Sterne? abhauen abhauen rein da so arnel bros so